Hallo meine Damen und Herren, zu einem kleinen Informationsvideo. Es geht schließlich darum, ihr kennt ja meine Goal Compilations und ich will einfach mal von euch wissen, ob ihr denn daran interessiert wäret, mir an meine E-Mail Adresse rrgoaliehd.googlemail.com, also die meines Zweitkanals, einfach mal eure Tore zu schicken. Am besten wäre in 720p und auch am besten eine Fraps-Aufnahme bzw. eben die gerenderte Aufnahme, damit es ein bisschen kleiner ist. Einfach mal die Tore von euch schicken und wenn sie dann gut genug sind oder schön genug, dann werden sie einfach mal in die Goal Compilation kommen oder einfach eine Top 5. Also dann könnte ich sowas ähnliches machen wie KSI, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle, dass ich dann eine Top 5 mache der Woche oder des Monats, je nachdem wie viele Einsendungen ich denn bekomme. Und, ähm, oder eben die Goal Compilation, das werden wir uns dann mal anschauen. Also ich werde mir da was überlegen, eins von beiden, seid ihr daran interessiert? Äh, einfach mal ja, nein, irgendwie Daumen hoch, Daumen runter, was weiß ich. Und, ähm, das war auch eigentlich schon das, was ich dazu sagen wollte. Also ich werde es wahrscheinlich auch so machen, darüber werde ich dann aber nochmal ein Extra-Video bringen und ich hoffe einfach, dass euch das interessiert, ne? Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ich finde da ein paar. Die E-Mail-Adresse werde ich in die Bewertung, ach Quatsch, in die Kommentare und in die Videobeschreibung schreiben. Und was ich jetzt noch sagen wollte, heute kommt leider kein Video mehr, das wird erst wieder morgen geschehen. Heute Abend werde ich nochmal ein bisschen aufnehmen und dann werden wir wieder ein paar Videos haben. Bis dann, auf Wiedersehen, tschüss, euer RR Goalie1, Alex und ciao, ich bin raus.